DFB-Pokalsieger 1966 wurde zum zweiten Mal der FC Bayern München. Das Finale fand am 4. Juni im Waldstadion in Frankfurt statt. Die Münchner Bayern waren in dieser Saison in die Bundesliga aufgestiegen und bezwangen in der Qualifikationsrunde des DFB-Pokals den Titelverteidiger Borussia Dortmund mit 2 zu 0. Durch den Sieg nahmen sowohl die Bayern als auch Dortmund am Europapokal der Pokalsieger teil, den die Bayern gewannen. Während Dortmund gegen den späteren Finalisten Glasgow Rangers in der 2. Runde ausschied. Qualifikation Erste Hauptrunde Wiederholungsspiel Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale